Logbuch, Captain Iglo, Freitag 21. Februar 2014. Es steht noch eine ziemliche Dünung von den Stürmen der Vortage her. Winterscheids Boot hat bereits leck geschlagen und die klirrende Kälte zehrt an unseren ausgemergelten Körpern. Mir ist kalt. Aber reicht das, um die verdrehte Landkrabbe zum Aufgeben zu bewegen? Erst wenn er zähne klappert, das Ufer erklimmt, hab ich gewonnen. Die Zeit wird es hoffentlich richten. Wenn ich doch nicht nur solchen Hunger hätte. Joke, das ist wirklich nur noch so ein Stück, dann kommt da alles rein. Oh, hier sind Süßigkeiten drin. Das ist ja mega. Danke. Willst du auch weit? Ja. Ich lock Klaas jetzt mit einer Süßigkeit. Und wenn der Nagel noch dran ist, drei Dartfeile. Wie ist rüber? Ja, ich kann nicht drüber werfen. Ich kann nicht drüber werfen. Ich muss näher kommen. So nah dürfen wir ja nicht. Komm mal her. Scheiße. Was war das? Alter! Super, Winterscheid. Haben wir getroffen? Ja. Wo haben wir getroffen? Ja, vorne links. Ich sinke. Komm mal her. Ich hab was für dich. Kennst du die? Meisenknödel? Joke, was soll denn das? Pass auf. Leg es mal in deinem Boot. Genau da muss es hin. Ja, lass es da liegen. Lass einfach da liegen. Passiert doch nichts. Du, was ist der Plan? Sag mal, was der Plan ist. Sie nannten ihn den Vogelflüsterer. Jetzt kommen alle Enten. Stürzen sich auf das Vogelfutter. Picken dein Boot kaputt. Ey, geh da hinten! Joko, weißt du, was ist traurig? Selbst wenn die Enten jetzt kommen würden, was soll denn dann passieren? Das sind doch keine Piranhas. Das sind Enten. Aber die haben scharfe Zähne. Okay, den Ball, den Ball. Joker. Jogger. Oh! Fast vom eigenen Joggerschlag. Ey, das geht nicht mehr. Ich bin manövrierunfähig. Jetzt wird es hier auch kritisch. Wenn ich mich jetzt hinsetzen, ist das Boot in Nullkommanix weg. Oh, oh. Das ist der größte Scheiß hier. So, es sieht ein bisschen schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt habe ich keine Joker mehr, bis auf den hier, aber den brauche ich jetzt selber. Hat Winterscheid noch einen Joker? Winterscheid hat wohl noch einen, ja. Oh, fuck! Jetzt müssen wir uns echt beeilen hier. Ich spüre meinen Körper eh nicht mehr. Von daher macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt hier in dem Boot im Wasser bin oder da im Wasser bin. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Böller. Er merkt gerade nicht, dass ich hier einen perfiden Plan schmiede. Jetzt schleiche ich mich von hinten ran, ins Wasser, Kiste übers Wasser geschoben, Böller in sein Schiff rein, angezündet. Ciao! Joko, deine Enten kommen. Deine Enten kommen mir zu Hilfe. Was machst du denn? Hau ab, ich hau dir das Pfadeln aufs Kopf. Hör auf, hör auf, hör auf. Joko. Joko. Das ist eine Wasserboppe. Hör auf. Lass dich bitte Wasser. Joko, war fissig. Joko, du hast das selber in der Hand. Lass das. Ich mach die denn alle. Joko, da sind sechs Packungen drin. Ist das blöd? Das gibt einen Riesenknall. Schatz, das Feuerzeug geht nicht. Das Feuerzeug funktioniert nicht. Ich wurde das Feuerzeug. Dann nimmst du dir nächste Sturmfeuerzeug mit. Boah, ich will meine Fisse nie machen. Nein, nein, nein. Fiss gibt da eins. Meine Hand. Ich krieg so eine Spastik. Was willst du damit machen, Joko? Joko, lass es doch. Ist doch Wahnsinn. Jetzt hör auf. Alter, ich kann gleich nicht mehr. Au, meine Hand. Gib mir doch mal irgendwas. Ich will noch besser. Joko, hör jetzt auf damit. Merkst du nicht, wie viel Verzweifel das ist? Joko, hör auf damit. Weg, schnell weg. Alter. Das ist halt ein Tier am Wahnsinn. Hör auf damit. Joko, Joko, das hast du jetzt von deinem Hochenhut, ne? Schwimm an Land. Schäme dich. Ich kann nicht mehr. Ich will noch. So. Sind wir fertig jetzt? Ne, so läuft das nicht. Wir müssen jetzt so lange warten, bis einer hier oben draufklickt. Ja, aber dann geht es erst weiter. Es muss jetzt jemand kommen, der sagt, das will ich sehen. Und dann sitzt du hier rum und wartest, oder was? Ja, so ist das halt. Das ist halt, ne? Wenn du bei YouTube dabei sein willst, dann musst du halt manchmal falten. Du siehst, das ist in Form von Aushalten. Das macht mich irre. Also, ich kann nicht den ganzen Tag rumsitzen, wenn das, wenn einer, ich hab auch noch andere. Du, wenn du mich jetzt blöd von der Seite abmachst, ich kann nicht draufklicken, ich bin mit dir hier drin. Wenn ich jetzt zu Hause vom Rechner sitzen würde und uns da sehe, würde ich sagen, hier draufklicken, dann können wir weitermachen. Ich hab überhaupt nichts gegen Internet, ne? Aber es ist mir einfach zu langsam. Ständige Rumgesitze. Kann jetzt bitte irgendeiner... Kann man aus dem Internet raus telefonieren, weißt du das? Könnte mal jemanden anrufen. Also, wenn mein Modem läuft, ist bei mir zu Hause besetzt. Ja. Aber Handy? Wenn ich jetzt mit dem Handy aus dem Internet einen anrufe und sage, der soll da draufklicken. Ich glaube, grundsätzlich im Internet brauchst du Geduld. Aber nochmal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Kann ich jemanden aus dem Internet anrufen? Nur weil langweilig ist, musst du mir jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Fragen stellen. Das Schöne ist ja, das muss man dem Internet zugutehalten, man hat ja wenigstens unbegrenzt Sendezeiten.